Die Waldbahnlok hat eine Kader und Welle hier. Haben Sie eine Außenanlage? Ja, ja. Wie in Drohling? Wie in Drohling? Äh, fünf. Fünf da? Ja. Ach so, das? Ja. Die Atmosphäre. Ja. So ist das hier. Ja? Das ist das. Ja, das kommt der Riesler mit der selben Lok. Ich habe den Ding dann wohl wieder geschaut. Ich habe den Ding dann wohl wieder geschaut. Ich habe den Mist. Nichts Franz? Ja. Aber du machst Pudauk jetzt. Ja, ja. Ja, das ist kurz lang. Nein, nein. Nein, nein. Also etwas Deines. Wie lange dauert das jetzt zum Anheizen? Der ist schon an. Ach, der ist schon an. Ja, der ist schon an. Also mit dem Kessel können wir noch ein immer größer antreiben, ja. Ja, aber... Also die habe ich auch geschenkt gekriegt, dem Material da zum Abitur. Ja, der ist ja so leicht gängig. Da hat mal einer, die gibt das auch in Liegend, ja. Ja, das ist die H10. Der hat die nicht zusammengekriegt. Der hat die nicht zusammengekriegt. Der seht das für mich. Franner, kannst du das? Ja, ich sage, ich mache das auch. Und dann treffen wir uns am Stand hier wieder. Ich sage, hier. Ja. Ich schüttet nicht. Du blösst die Dope-Maschinen mit der Luft. Ja, ich sage. Du musst die Dope-Maschinen laufen. Ja, ja. Mann, warum nicht verschärfen damit? Ja. Haben wir schon gemacht. Doch. So, dann wollen wir gucken, ob die Stategien hier... Mit dem richtigen Schleifer dahinter. Ja, ohne Brille ist das schwierig. Oh ja. Ich muss immer im Manuel Sport nicht auf den großen...